In diesem Video möchte ich euch die Eclipse HX Matrixwelt vorstellen. Hierbei handelt es sich um die Systeme, die selbst komplexeste Intercom-Anforderungen erfüllen können und in Theatern, aber auch in umfangreichen Mietproduktionen zum Einsatz kommen. Basis eines Eclipse-Systems ist immer der Systemträger. Hier gibt es vier unterschiedliche Hardware-Modelle, beginnend mit der sogenannten Delta Light. Diese ist 3 HE hoch, besitzt eine CPU-Karte und zwei redundant ausgeführte Netzteile. Den Frame kann ich mit zwei modularen Karten erweitern. Als zweiten Systemträger hätten wir die normale Delta, die wir auch hier sehen, auch 3 HE hoch, mit zwei CPU-Karten ausgestattet, die redundant laufen, sowie zwei redundanten Netzteilen. Die normale Delta kann ich mit bis zu vier Erweiterungskarten ausstatten. Als dritten Frame hätten wir die Median, ein 6 HE-Frame, der ebenfalls mit zwei CPU-Karten und zwei Netzteilen voll redundant läuft und mir bis zu sieben Erweiterungsslots zur Verfügung stellt. Als letzten hätten wir noch den Omega-Frame, der mir neben den zwei CPU- und zwei Netzteilen bis zu 15 Slots für Erweiterungskarten zur Verfügung stellt. Diese Erweiterungskarten geben mir dann auch letztendlich die Gesamtportzahl meines Frames vor, denn es ist so, dass die Karte unterschiedliche Portanzahl zur Verfügung stellt. Wir hätten da zum einen die sogenannte MVX-Karte, die analoge 4-Draht-Karte. Diese stellt mir 16 Ports, also Ein- und Ausgänge zur Verfügung, an die ich entweder symmetrisches analoges Audio anbinden kann, aber auch Sprechstellen. Als zweite Karte hätten wir quasi als eierlegende Wollmilchsau die sogenannte EIPA-Karte, die aktuelle IP-Karte. Diese kann in bis zu vier unterschiedlichen Port-Lizenzmodellen betrieben werden, als 16-Port-Karte, 32, 48 oder mit 64 Ports. An diese Karte kann ich nicht nur Panels über IP anbinden, sondern auch meine Wireless-Systeme anbinden, ich kann LQ-Geräte anbinden oder Mobile-Device-Apps wie Agent IC betreiben. Eine weitere Erweiterungskarte ist die Dante-Karte, die mir 64 Ein- und Ausgänge zur Verfügung stellt. Ebenso wie die MADI-Karte, die halt im MADI-Format 64 Ein- und Ausgänge besitzt. Wir sehen also, die Portzahl der Karte kann von 16 Ports bei der analogen Karte bis zu 64 Ports bei der IP-Karte, Dante-Karte oder MADI-Karte reichen. Als Sprechstellen im System haben wir drei unterschiedliche Hardware-Typen, zum einen die Rotary-Panels, die Lever-Key-Panels und die Push-Button-Panels. Diese drei Hardware-Typen gibt es jeweils als 1-HE- oder 2-HE-Variante. Wem das noch nicht reicht, haben wir auch darüber hinaus Erweiterungspanels, die sogenannten Expansions im Portfolio. Als Funksysteme kommen in der Eclipse-HX-Matrix-Welt Freespeak 2 und Freespeak Edge zum Einsatz. Freespeak 2 können wir entweder die Antennen aus dem Standalone-System, die sogenannten E1-Antennen anbinden, aber auch die IP-Antennen, die speziell für den Matrix-Frame existieren. Freespeak Edge kann ebenfalls über die IP-Antennen mit IS67-Netzwerksignalen an die IP-Karte eIPA angebunden werden. Weiterhin haben wir in der Eclipse-HX-Matrix-Welt sogenannte Module, die wir im Falle einer Delta direkt in den Frame einsetzen können. Bei einer Median oder Omega können wir diese über einen zusätzlichen Systemträger integrieren und diese Module bieten mir entweder Zweitradanschlüsse, analoge Partyline, ich kann Funkgeräte integrieren oder weitere GPIO-Schnittstellen zur Verfügung stellen. Meine Eclipse-HX-Matrix-Welt kann ich darüber hinaus erweitern mit den LQ-Geräten, ich kann die digitale Partyline Helixnet in das System anbinden, Ich kann aber auch Mobile-Client-Apps wie AgentIC oder StationIC mit meinem Eclipse-Frame verbinden. Solltet ihr mehr Informationen zur Clearcom Eclipse-HX-Matrix-Welt wünschen, bieten wir euch auf unserer Webseite mehrere Webinare zu diesem Thema an. Darüber hinaus könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne eine Mail schreiben unter Info-App audio-technica.de oder uns gerne anrufen. Wir freuen uns auf euch!